Hallo Leute und YOLO Swag hier, die Stars, die Blazes, die haben ja schon so den nötigen Style halt, ne, so. Brennen ist einfach das neue Schwarz. Okay. Das kann man einfach machen, einfach in Flammen stehen, kann man auf Partys tragen. Auf jeden Fall kann man das machen, ja. Das will ich damit sagen. Kann man alles. Ja. Kann man alles. In Flammen stehen auf Partys ist auch ganz in Mode, machen viele. Ähm. Ja. Ja. Das, ähm, hab ich jetzt, durfte ich oft beobachten. Leck mich am Arsch, Gast. Danke. Und, äh, ja, wie gesagt, äh, ganz, ganz in Mode, da kann man, kann man zwischendurch mal so einschieben. Hm. Einschieben. Hihi. Ja. Man lacht aber auch über jede Scheiße, ne? Ein bisschen. So ganz leicht. Okay, wie sieht's denn hier aus? Ich töte jetzt einfach alles, was ich sehe. Pass auf. Bis mal öff, jung. Viel Spaß. Hier ist ein Skelett. Das droppt Kohle. Kann ich nicht in Kohle droppen? Kann das sein, dass das Rind mal eine Power Armor genommen hat? Äh. Könnte. Droppen die normalen Skelette auch Köpfe? Weiß ich gar nicht. Nee. Doch, normale, normale Köpfe, aber keine Wither Köpfe. Wir brauchen ja Wither Köpfe. Alter, zwei Diamant-Ors. Ich hab noch ein bisschen New-You-Matter gefunden. Boah, 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 ey. Ey, boah, ey. Oh, ein Skelett. Ein Skelett-Kämpfer. Komm her. Ich will deinen Kopf. Nee, hat nur Knochen gedroppt. Und EXP. Mir bräuchte ich noch eine EXP-Farm, fällt mir grad so auf. Ein auf, ein auf, ein aus. Spawn die da drin. Hm. Du willst mich da angreifen, du böser Pigment. Dann muss ich eben alle umbringen hier. Ich bring alle um. Aha. Du bist in der Lava. Höhöh. Ich, äh, muss grad alle Pigments im Nidl. Ich, äh, muss ich wieder töten. Ich hoffe, es stört dich jetzt nicht so. Oh, krass. Warte, wie viele das sind. So. Komm schon. Geh drauf. Ah. Was machen eigentlich diese Feuer-Slimes? Was können die denn? Die droppen. Alter, hält der vier aus. Feuer-Dingens. Feuer-Dingens. Achso, Magma-Dingens. Feuer-Slimen. Ja, genau. Magma-Cream. Feuer-Dingens. Ja, geil. Hm. Die hätt ich gern. Wofür? Keine Ahnung. Yodo. Swag. Mal alles haben, Alter. Immer alles haben. Ja, klar. Was ist los? Wo ist nur zum Zaubern? Also, für mein, das läuft sauber. Aua. Blödes Schwein. Also, es ist wirklich ein Schwein. Es ist doof. Deswegen blödes Schwein. Verstehst du? Ich verstehe es nicht. Aber witzig über Schwarze reißen. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Oh. Er hat wieder nur Kohle getroppt. Oh, okay. Es ist so schwierig, mir einen Kopf zu bekommen. Mach einen Kopf zu, Alter. Aua. Ah, noch ein Skelett. Ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf, kein Kopf. Und ein Gas, der mehr untergeht. Selbstverständlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh drauf. Suchst du eigentlich auch noch? Nee, ich bin gerade wieder in der Richtung. Sind Sie auch noch auf der Suche? Ich kann mich mal strecken. Pasche. 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 Musst du ja schon wieder Werbung, Alter. Aber hallo. Mach jetzt auch kostenpflichtig für Gronkh Werbung. Der bezahlt mich da so monatlich. Mit der da. Echt? Ja. Ja, ja. Das ist cool. Muss man schon mehr. Ja, da habe ich einen Vertrag mit ihm gemacht. Dann geht das los. Ja, was? Du hast persönlich mit ihm gesprochen. Ja, ja. Er hat mich darum angefleht, dass ich für den Werbung mache. Und da kann man ja nicht Nein sagen, weißt du. Ach Quatsch. Der braucht auch ein paar. Klicks also. Klick geil. Alter. Ich kriege einfach keine Köpfige Rüste. Verstehst du? Könntest du das glauben? So. Bah, eh. Voll eklig, eh. Wo die Blazes hier, eh. Was zieht denn mehr, die Railgun oder die Plasma Cannon? Äh, die Railgun zieht richtig rein. Braucht man dafür. Solenoid und HV. Drück mal bei dem HV-Kapazitor auf einen weiter. Da brauchst du nicht mit diesem Energy Cell Dingens machen. Ja, auf einen weiter. Auf Shape Crafting. Da kannst du doch da oben diese Pfeile anklicken. Nein, ich kann hier gerade nur Weapons, Special Tool, Energy, Cosmetic. Achso. Ne, wenn du das, wenn du den HV-Kapazitor googelst. Warum sollte ich den googeln? Alter, was sag ich hier? In die Suchleiste eingibst. What the fuck? Google doch mal danach, Mann. WTF? Energy Cell. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu müde. Ich gehe gleich mal ins Bett. Google. Alter, geh mal bei Google ein hier. Ja, Energy Cell Frame und dann klickst du da weiter, weißt du. Der war echt gut. Der war schon ein bisschen, ne. Kann man sich schon mal fragen. Junge, Junge. Was hat der geraucht? Oh Mann. Oh Mann. Wo gehst du mal danach und dann siehst du das schon. Geil. Ich muss doch möglich sein. Ich muss dann doch ein U-Möser. Möglich, möglich, möglich sein. Dass man hier einen Kopf findet. Ich will doch nur einen Kopf. Deinen Kopf. Unseren Kopf. Hallo Schweinemann. Sieht aus wie Anton. Was? Der hat den Dings gar nicht mehr. Nicht? Nein, er hat jetzt irgendwie so einen Entdecker. Einen Entdecker Skin. Weil wir Hexit gespielt haben. Ach so. Und da ist man dann automatisch ein Entdecker, nur weil man Hexit spielt oder was? Was soll das jetzt schon wieder? Also Hexit. Ey, produzier mich nicht, ja. Hexit ist schon echt geil, die Spiele. Ich weiß, hab ich mal im Livestream gesehen. Wie mache ich so eine Energiezelle? Saving World, Daughter. Expect lag for sure. Diamant. Erdletztrum, Wingard. Verhärtetes Glas. Wie mache ich denn jetzt verhärtetes Glas? Haben wir das noch? Harden Glas? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Musst du irgendwie Obsidian in den, ja. Und so weiter. Vulvarisiertes Obsidian. Da musst du in nem Pulverizer das reintun. Das geht nicht in den Meserator. Und Pulverizer läuft nur mit MJ. Haben wir nen Pulverizer? Ich baue einen. Ich komme jetzt gerade mal zurück. Weil ich finde hier eh keine Köpfe irgendwie. Meserator, Rotary. Warum haben wir, wir haben alles, aber kein Pulverizer? Ja, weil man den fast nie braucht. Weil man den fast nie braucht, habe ich einen bei mir. Man, man, man. Kann ja nicht wahr sein, ey. Das macht ja schon im Sunt hier. Alles hat er da, nur das nicht. Sind ja eigentlich die Solar Pinheads angekommen, guck mal nach. Ein paar, ja. Wie viel, wie, ich, dürfte mir jetzt vier Stacks sein. Recycler, Meserator. Induction Finance, nein, ich habe keinen. Wo ist mein Pulverizer hin? Ich baue, oder baust du den Pulverizer und ich mache die Verkabelung. Die Verkabelung? Ne, ja, für den Pulverizer. Achso, ja, das können, so können wir uns einigen. Da kommst du mir entgegen. Pulverizer. Alter, ich komme hier nicht mehr raus, ne? Ne, da hält mich gefangen. Ach, der kann ich noch ein bisschen haben. Was? Der Ne, da hält mich gefangen. Aber sonst geht's dir gut, ja? Ich höre mich gay an. Was? Ja. Hallo. Also, Hinsicht ist der... Warte, wie ging das? Zweite Weg zur Besserung. Erste Weg, beste Weg zur Besserung. Nein, der Zweite. Kupfer. Der Erste ist Verleugnung und Alkohol. Was? Kupfer. Haben wir Kupfer da? Also Kinder, das ist natürlich nicht ernst gemeint, ne? Alkohol ist kein Spielzeug. Was war das gestern? Gestern war ein kleiner Ausfall. Ja, ja. Alter. Das geht ja am Samstag nochmal so, Alter. Es sind fast vier Stacks. Einer fehlt. Bis zum vierten Stack. Okay. Dem wird er gerade noch gecraftet. So, ich bin wieder zu Hause. Daddy is back. Craftet der den noch oder craftet der den nicht? Ich glaube, der craftet den nicht, weil er schon seit drei Stunden ist. Der hat einfach gesagt, nee, der Letzte, der muss per Hand gemacht werden. Nö. Den muss ich einfach nochmal anfordern, einen. Was schon. Bah, eh. Vor allem Erdbeerkäsig. Erdbeerkäsig vor allem. Hey, Phipps. Ja. Magst du Erdbeerkäse? Ich mag, ich hab's noch nie probiert. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber ist auch egal. Ich hab so frisch Käse mit Erdbeergeschmack. Das hört sich total ekehäfter. Ein bisschen, ja. Wenn man sich vorstellt, dass Käse nach Käse schmeckt. Nach Erdbeeren. Also nein, Käse schmeckt ja normal nach Käse und auf einmal ist da so Erdbeer drin. Da ist so Erdbeer mit dabei. Wir haben doch noch einen. Warum bastel ich denn die ganze Zeit einen? Fertig. Oh, das war der Solaten hier. Toll. Ja, toll. Hast du schön gemacht. So, hab ihn fertig gebastelt. YOLO. Dann mach mal die Verkabler. Bist du dich angerufen? Nee, du wirst dich angerufen. Sorry, muss auflegen. Einfach weggedrückt. Hab ich wirklich jetzt? Richtig, ja. Das war meine Mutter. Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Naja, man muss tun, was man tun muss. Ja, ja, das gibt Ärger. Nein, die weiß das ja. Wie es ist. Ja, ja, ja. Die weiß, wie es ist. In der Branche hier, da muss man... Jetzt ruft die auf dem Festnetz an. Das gibt es ja gar nicht. Man kann bei diesem Festnetz nicht auflegen. Man kann bei diesem Festnetz nicht auflegen. Ich brauche mal den Pulver. Vielleicht ist es wichtig. What the fuck? Aber wir haben eh 30 Minuten. Alter, einfach weggedrückt. Wir beenden die Aufnahme mal. Warte mal. Einen ganz, ganz kleinen Moment bitte. So, pass auf. Wir beenden kurz die Aufnahme. Wie gesagt, tschüss. Bis morgen. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.